Der Green Deal, der grüne Deal der Europäischen Union, ist der respektable Versuch, das Prinzip Verantwortung, das der Philosoph Hans Jonas vor 42 Jahren propagiert hat, in praktische, praktikable Politik zu übersetzen. Wie wichtig das ist, lehrt uns die Flutkatastrophe. Diese Flutkatastrophe ist ja nicht, wie Ignoranten meinen, die Folge eines Unwetters, wie sie im Sommer immer wieder passieren. Sie ist Folge des Klimawandels. Gegen den Klimawandel helfen keine Sandsäcke. Was hilft? Es hilft der ökologische Umbau der Gesellschaft. Dabei geht es nicht darum, einen grünen Zeitgeist zu befriedigen. Es geht um eine neue Ethik für die technologische und digitale Zivilisation. Es geht darum, diese neue Ethik gesetzgeberisch zu begleiten. Es geht darum, Unheil von der Weltgesellschaft abzuwenden. Das Vorhaben der Europäischen Union, dieser grüne Deal, ist richtig und wichtig und er ist zukunftsweisend. Gleichwohl muss die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen aufpassen, dass sie nicht auf ihrem Selbstlob ausrutscht. Gewiss, es ist wunderbar, wenn die Europäische Union auf dem Gebiet der Klimapolitik weltweit Vorbild sein will und ein Beispiel stiften will. Aber man darf nicht so tun, als gäbe es spektakuläre Projekte in diese Richtung nur in Brüssel. Es gibt sie auch anderswo, in Lateinamerika beispielsweise. In Lateinamerika haben die obersten Gerichte spektakuläre Urteile gefällt, um die Natur zu schützen. Die höchsten Richter in Kolumbien haben die Natur, sie haben die Ökosysteme zu einem Rechtssubjekt erklärt. Zu einem Rechtssubjekt mit eigenen Rechten, die die Natur, die die Ökosysteme vertreten durch Menschen oder Organisationen einfordern können. Das ist eine grundsätzliche, eine fundamentale Abkehr vom gewohnten anthropozentrischen Weltbild, vom gewohnten Verfassungsdenken, das immer von Menschen und von den menschlichen Interessen ausgeht und die Natur den menschlichen Interessen unterwirft. Die Natur ist nicht mehr nur ein Rechtsobjekt, das beherrscht wird, sondern die Natur ist ein Rechtssubjekt, das auf die Bühne des Rechts mit eigenständigem Recht tritt. Die Natur, auch die Tiere, sind aus der klassischen juristischen Sicht der Beherrschung durch die Rechtssubjekte, nämlich durch die Menschen unterworfen. Diese lateinamerikanische Rechtsprechung befreit nun die Natur aus diesem Beherrschungsmechanismus. Die Natur, die Wälder, die Flüsse sind nicht mehr wie bisher ein dienendes Objekt. Diese Sichtweise der Dinge lehnt sich an an die traditionelle Betrachtung, an die Nähe zur Natur, wie sie die indigenen Minderheiten auszeichnet. Die praktische Umsetzung eines solchen ökozentrischen Weltbildes ist gewiss nicht einfach. Das gilt aber für die Umsetzung des grünen Deals der Europäischen Union in gleicher Weise. Es geht um ein neues Denken und um ein neues Tun, um ein neues Tun vor allem. Die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen ist keine Frage von fair oder unfair, von gut oder böse, sondern eine Frage der Selbsterhaltung. Und dazu braucht es auch ganz neue juristische, meinetwegen komplizierte, aber schaffbare Initiativen.